Hi Leute, willkommen zu meinem ersten Video und ich habe beschlossen, auch wenn im Kreativmodus, aber ich möchte heute mal den Ender Drachen besuchen. Das habe ich noch nie gemacht und ich war auch nie in dieser Endwelt oder so. Ich bereite mich jetzt kurz ein bisschen vor, also ich werde da hinschneiden und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, da wären wir wieder und jetzt ist der Ender Drache gesiegt und das war's. Sieht ziemlich cool aus sogar, aber... Wow, was soll's jetzt gewesen sein? Also, wenn es das jetzt war, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Also, nur ein bisschen, also ich hätte mir erwartet, dass ein Eier entschuldigt. Ja, also das war's Leute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Also, ich überspringe das hier jetzt gleich noch. Ähm, ja, also, wie gesagt, das war's und bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.